Das sieht eigentlich nach einem Dodge aus, aber whatever, wir spielen das ist okay. Ähm, wir haben halt leider, wir haben Rika, was ja eigentlich richtig geil ist, aber er spielt halt leider Support. Und also wir haben beide Doppel, wir haben Doppelfill Bot, die haben Phil Support und Freddy Toplin. Ich glaub Freddy Toplin ist nicht wirklich Phil, deswegen hm. Das tut mir. Wait, können wir nicht rein? Der Auto Attack! Die haben tatsächlich nicht besorgt. Also so ein Early-Kill auf Kados ist wirklich geil, by the way. Weil ich jetzt hab extra, ich hab ein Revenous Hunter Stack, ich hab ein Eyeball Collection Stack, ich hab ein Present of Mind Stack. Sehr, sehr, sehr viel gerade bekommen, nicht nur 400 Gold. Ich wünsch dir, wir hätten Toplin nicht blind pick. Die haben ja gepickt, aber es ist okay. Ja. Warum hat der nicht gewählt? Ach, Elio, ihr wart so verschissen. Hm. Ne, die Auto Attack! Die Auto Attack! Nix! Jetzt sind wir wirklich gegen Freddy spiel auf meinem Main Accounts. Spiele ich Karthus, ist das irgendjemand mal aufgefallen? Ich kann den hier kurz cover haben für den Push Let's get it Kited der mich gerade komplett? Damn Run we are bosslayer Äh, tschüss Töpbe Winn, ne? Dafür, dass du mich letzte Runde runtergerannt bist. Oder vor drei Runden oder so. Äh, Mates. Die wollen auch schon an meine Juicy 1000 Gold kommen, ne? Die wollen aber auch alle, äh. Ich hab gleich Ultimae, die sind alle tot. Ich krieg ihn niemals. Oh Gott. Okay, wir haben ihn. Ja, leider haben wir vielleicht ein bisschen gewastelt. Was halten wir von Spellbinder? Ah, okay. Okay, das ist ein Stomp. Oh, ja. Can't pull? Und stattdessen steht er in seinem Tribush und macht nichts. Die Sixlane. Die Broken Sixlane. Das ist halt genau das Ding, ne? Er hat keinen TP. Da ist es natürlich jetzt. Er ist ja nicht mehr so schlimm. Seine Wave steht komplett gut. Der Typ ist komplett blöd. Wie kann der da getreift werden? Was hat der gerade gemacht? Oh Mann! Nicht gut! Ach komm schon. HÖR DOCH AUF ZU INTEN! Na, ist der Gewinn, ich weiß nicht warum. Das ist schon mal auf jeden Fall nicht schlecht. Let's go a little. Wird er mich gestingelt? Geekiru ist komplett lost. Ich meine, das ist doch schon echt extrem gut für uns jetzt. Tch. Wird er? No. 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 Kommt er raus? Er hat einen Shutdown, er sollte nicht sterben wenn's geht. Wenn er für die Wave geht, kill ich den einfach. Wird schön, bis er die Laterne nimmt. Wollen wir auf Freddy zeigen, wieso Nocturne gut gegen Arsie ist. Eine Runde. Sollen wir? Sollen wir ihm zeigen? Sollen wir es kurz zeigen? Er muss auf jeden Fall auch alleine sein, damit das funktioniert. Okay. Entschuldigung, ich kann jetzt schon reingehen. Ich hab meinen Wave verkackt. Hm. Ich hab mir nämlich komplett in den Müll gehauen. Aber, falls ihr das gesehen habt, er kann die eh nicht benutzen. Das war mein Punkt. Tch. Ah, hier Flashness. Oh, Fancy Fiend. Oh oh. Ach. Actually das war so terrible. Das war actually... Das war so bad, das zu machen. Warum hab ich's gemacht? Wie er schon auf die andere Seite geht und sie trotzdem rübersprengt. Ja, rein da, oder? Nein, ich könnte reinfahren, aber ich sollte nur einfach zu Mesh gehen. Boop. Oh, ich hab mich so getroffen. Ja, ist ja in Ordnung. Ich wusste gar nicht, dass ich Seven gut spielen kann. Ich wusste gar nicht, dass ich Seven gut spielen kann. Watch out, oder? Was? Nicht zu mir! Ja, ich geh da raus. Ich muss am Leben bleiben für den Dragon. Okay, die ist dead. Jetzt können wir falten, ja. Ach, die haben ja nen Turret da. Keram geht beenden. Hat der's? Wenn nicht, geh ich den Dragon machen noch. Aber es sollte... es sollte geben sein. Ja, es sollte GG sein. Die können jetzt auch nichts sehen. GG. Nice. Puh, wir haben wieder gewonnen. Yay! Warum wieder nur 14? War das wieder so ein unfaires Matchmaking?